Mein Name ist Felix Husemann, ich bin Tierarzt und Kuratamt zu Magdeburg und hinter mir befindet sich die Voliere von den Schopfkarakaras. Schopfkarakaras sind eine Greifroglade aus Südamerika, die Sabannenlandschaften und offene Gelände bewohnen. Und wir haben dieses Jahr wieder das Glück, dass wir bei den Schopfkarakaras Nachwuchs haben. Und diesen Nachwuchs hatten wir heute das erste Mal in der Hand für das Check-up. Bei dem Check-up wird das Tier genau begutachtet. Wir nehmen eine Federprobe, um das Geschlecht zu identifizieren und das Tier bekommt einen Transponder bzw. eine eindeutige unveränderliche Identifizierung. Zusätzlich haben wir einen offenen Ring angesetzt, um das Tier leichter unterscheiden zu können von anderen Karakaras, wenn das Tier erwachsen ist. Und wenn Sie das Küken noch erleben möchten, bevor es so groß ist wie die anderen, kommen Sie Ihnen zum Magdeburg. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese tollen Vögel live zu sehen.